Aufnahme in Outer City ist gestartet, 3, 2, 1 und Fraps. Hö, in Outer City! Da kommst du, witz warst du gar nicht. Ja, ist auch wieder recht. Rocksers, bitte. Wer hat jetzt die ganze Nacht Digimon Online spielen. Ist er ready? Ich seh nix. Ja, der ist ready. Ja, mein Bildschirm ist noch kaputt, ich seh das nicht. Achso, Leute, stimmt. Wegen deinem schönen Software-Einsatz. Ja, übrigens, ich hab heute versucht, ne Maus zu erschießen. Meine Mutter hat so viel Angst vor Mäusen, deswegen muss ich die aus dem Haus raushalten. Und wir haben so ne Erdgeschosswohnung, deswegen kommen die so oft. Und anstatt ne Maus aufzustellen, wollte ich mal ne Software abschießen. Das Ding hat übrigens 1,8 Joule, das ist ganz schön viel. Oh Gott. Tot. Ich hab immer mit meinem Kuss auf Dosen geschossen und waren voll. Näch, das macht, da fliegt die Dose durch die Gegend. Na komm. Wir haben uns früher mit Soft-S gegenseitig beschossen. Ja, das... Und das fand richtig gut. Ich hatte auch grad aber richtig dicken Freeze. Weg, so, guck. Und wer hat geholfen mit dem TD? Keiner hat geholfen. Stitt hat das ganz alleine und im Alleingang gemacht. Mhm. Du bist auch nur allein im Team. Wir sind gar nicht im Raum. Genau. Ja, ja, eben. Wir nehmen gerade das 1 vs. 4 auf. Genau. Ja, komm. Wo sind die alle? Die lag'n aber auch wie Hölle. Hätt mich nicht davon ab, dass du zu snipen, aber anscheinend schon. Oh Gott, das will ich. Nein. So, das reicht mir schon. Soll. Wow. Meiner. Mann. Du warst schneller. Was zur Hölle. Das ist auch meiner. Lol, der ist gar nicht tot. Bin tot. Du nicht. Du bist auch tot. Oh Gott. Reset. 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 Nein, ich bin tot. Oh, der Abo. Wow, wieder. Nein, 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 da ist drin. Lol. Oh, sorry. War was? Ich war gerade auf K die letzten 30 Sekunden. Ich war gar nicht da. Du hast die halbe Generation von S4 verpasst. In diesen 3 Sekunden. Wir sind schon bei Season 10. Ja. Und die heißt Klaus. Nach Alice. Nach Alice kam. Äh, Franz. Dann. Dann Horst. Happen. So. Wow. Super Stun. Also von mir jetzt. God damn it. Wie oft du gestunnt hast. Und kein einziges Mal getroffen. Ja, ich weiß. Ja. Da ist eventuell einer. Sit, pass auf. Nein. Genau der. Ach, der. Ja, genau der. Der. Jetzt verstehe ich. Genau der. Meiner. So. Ja, komm. Keine schriftweise. Damn it. Los. Der ist fast tot. Ich kann nicht snipen. Ich kann offiziell nicht snipen. Okay. Achtung, komm deine MZ. Ja, hab ich gemerkt. Wow. Wird dreimal geschlagen, einmal gebeindet und sind wir noch nicht tot. Hast du Hacks an? Ja. Beat. Immer. Ja, den vitalisierend Hack, ne? Ja. Richtig. Unaufhaltsam! So freundlich sind wir schon. Gemeintet? Wir waren noch niemals freundlich. Wir haben Invader, wir haben bläck bläck. Ja, wir haben gar nichts. LOL. Ich war den Dritt noch 10 Meter weiter. Vita. Wi- Wow, ich hab mich sogar noch erwischt. Oh Gott. Ah, stimmt ja, man kann nicht mal die Bridge zerstören mit der, mit der, mit dem PS. Ja, es ist halb. Oh, ich hab ihn. Reset. Nein, kein Reset. Wirklich nicht. Wo ist er? Oh, der hat mich totgewarashootet. Du willst ihn vollkicken? Ja, mit all seinen, mit all seinen Accounts vollkicken. Also, du kickst ihn, dann ist er voll. Ja. Boxers, nicht stillstehen, während man snipet. Hat er gelagged, Sid? Oder stand er einfach still? Keine Ahnung. Scheiße. Oh, ich hab den Ball. Goddammit. Nice. Nein, für immer ist keine lange Zeit, weil, äh, mittlerweile supported es vor ja, für immer. Echt? Ja, man kann jetzt permanent aus dem Clan kicken. Ernsthaft? Ja. Ja. Wow. Ich habe die Funktion sogar schon benutzt. Bei wem? Bei mir? Oh, Rumpf. Hey, wir nennen hier keinen in den Arm von Leuten, die nicht da sind. Okay, Black Rocks hast du Noob. Ich, ja, Alter, Black Rocks hast, Alter, so ein Noob, Alter. Ja, ich schwör. Der verdient so ein Turnball. Genau. Egal, jetzt muss ich heute ein bisschen spielen hier, also. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Das sag ich so. Der steht bei mir immer. Ja, bei mir auch. What the fuck? Ich benutze zu draufstehen. Das unten. Enkert aber noch. Mal gucken, ob ich schon ein Treffen kann. Ich bin hier gleich hinüber. Und greifst die ganze Zeit. Ja. Macht Sinn. Aua, ich bin tot. Auf den... Den hat ein DC übrigens. Ja, dann setz dich mal. Oh, die muss alles nachladen. Oh. Das war kacke. What the fuck? Naja, wenigstens ist er tot. Ja, wenigstens ist er tot. I sit? Ja, du bist sit, ich weiß. I sit? Ja, du bist sit, ich weiß. Ich weiß. Und jetzt der Super-Pro-Anker. Ah, der hat gar keinen Englernschub. Der Super-Pro-Suicide. This is Sparta. No, this is Patrick. P.S. Aftung, Invader. Oh, nicht. Dort. Ah, lol. Wo ist er denn? Da ist er. Juh, ich hab den Pen gekommen. Doch, doch nicht. Der hat keine SP mehr. Der Waldträger. Gleich. Back mit dir. Bram. What the fuck? Wollten eigentlich beinten, aber... Oh, da ist er ja schon. So, dann lass ich jetzt kurz platt machen hier. Hm? Doof. Also manchmal glaube ich, die glauben, wir sind doof. Also allgemein, die glauben, alle Menschen in S4 sind doof. Die meisten sind's, aber nicht alle. Hör auf zu spammen. Böser. Lol. Er ist einfach reingelaufen. Nein, Roxas hat ihn nach vorne geschlagen. Ich hab ihn zurückgeschlagen, aber irgendwie war Roxas Schlag stärker so. Weiß? Dann ist er reingeflogen. Cessler oder Investracker? Ich hol mal den Anchoring raus. Okay, ja. Green Gäscher. Gut, dann bleib ich hinten, wenn ihr alle vorgeht. Du bist alleine. Hinten. Ich mach mal ein anderes Lead an. So. Jetzt ist ein Pro-Sniper dran. Und? Oh, schau. Ja, ich sag, die denken ja. Aber sagt mal, seit wann machen die Leute Damage hier? Naja, sie haben gelernt, Mausklick zu drücken. Mausklick zu drücken? Ja. Also, es gibt einen Button namens Mausklick. Musst du nicht? Direkt neben dem Maus. Wo genau ist der? Der ist, das ist ein ganz kleiner Button. Der ist rechts neben dem rechten Mausrad. Ding. Neben dem rechten Mausrad? Ja, genau. Ich hab jetzt zwei. Wo ist das rechte Mausrad? Links vom anderen Mausrad. Okay, äh, nee, da ist nix. Kommt mir auch nicht. Kommt mir auch eine neue Maus. Obwohl doch, da sind zwei Button, aber da ist kein zweites Mausrad. Oh, der Schuss war knapp. Und so, genauso. Komm, ich spamm euch runter. Boom. Es lebt auch ein einziger. Und Pro-Pro-Sniper. Los, wieder rein mit der Scheiße. Danke. Gerne. Ich hasse es, gebeindet zu werden. Ich hasse es, wenn das TS nicht funktioniert. Ach, ich hab mir echt, wo ist er? Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich hab ihn nur weggeschlagen. Oh, du hast ihn wieder hochgepusht. Du hast ihn hochgepusht und ich wieder runter. Oh, das gefundenes Fressen hier. Dann töd ihn auch. Ich versuch's ja grad. Tot. Ich hab schon gedacht. Die anderen zwei sind unten. Noch. Oh, ich hab keine Ahnung, wo die Gegner sind. Wisst du was, ist mir auch egal. Ach, ich hab den noch getötet. Auffassend, ich bin nicht da. Nein, der Scheiß. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oben ist der Ball, oben ist der Ball. Und da kommt einer. Nice, Leute. Ja, schade. Ich muss eindeutig mit Bind üben. Das fällt dir jetzt auf. Sorry, schnell genug am Ball wär ich nicht gewesen. Das war das Problem. Und ja, Gini, das fällt mir jetzt auf. Happen. Unten. Ah. Bin tot. Der Typ rennt so kacke da rum. Ich hab gesagt. Wir sind tot wieder. Nein. Jetzt. Na, komm, komm, rein, rein, rein. Aha. Oh, Alter. Lol. Ich hab' genau die Stange. Ein Schuss nachladen, so. Oh, der krieg ich. Den krieg ich. Einmal volle Karte. Ich nehm' den da hin, da. Nevermind. Alles muss man selber machen. Na, hab ihn gebeindet. Bin tot. Glaube ich. Ja, bin tot. Z? Ja. Ist das extra? Ja. Okay. Hab ich gerettet, Roxas. Ja. Oh, hab ihn auch gekriegt. Ich weiß noch nicht. Ist einer oben? Okay, gut. Keiner. Ist einer oben. Ich wusste nicht mal, wo der Ball ist. Ich hab nur den... Oh. Und rein damit, komm. Ich hab den noch gesniped, aber es zählt nicht. Und jetzt kannst du Triumphalion rumlaufen, so. So, und... Oh, die Bridge ist kaputt. Okay, einer weg. Aaaaaaahhhh. Das bedeutet Bind. Ja. Nee, ich bin noch Spanisch. Aaaaaaahhhh. Wow. Genau, das war Spanisch und hieß, äh... Das Essen ist fertig. Ich muss jetzt abkarten. Also jedes Mal, wenn du in Spanien hielst, man hörst ja... Aaaaaaahhhh. So. Und das Essen ist fertig. Ja. Jetzt bleib ich jetzt tot. Ja, außer bei einer Mutter, ne? Ach, nee, warte. Das war ja wieder was anderes. Das war ja wieder in Italien. Weil, ne Mutter, die schreit ja dann Frederico. Frederico. Oh, no, no. Mangiare. Nee, 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 nee. Irgendwie kommen wir nicht weiter, oder? Irgendwie nicht. Ja, aber. Ja. Wir kassieren gerade los. Nein, das nicht mal. Weil es steht immer noch Gleichstand. Das ist, äh... Tricksige Situation hier. Den habe ich erwischt, aber er ist nicht tot. Macht euch einen Ball ganz schnell, sonst kommen die anderen. Lol. Ich finde es geil, äh, Black Rockstars hat gerade ein Bein gemacht. Auf einmal wird Zed gebeindet. Rockstars, du hast mich gebeindet aufs Maul? In Stake. Wow. Und... Reset. Nein. Lass mich reseten, lass mich reseten. Oh Gott. Los, Vita. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Long way. Ja, ich hab's gemerkt. Weg ist er. Schnappt euch einen Ball. Das ist gut. Oh Gott. Oh, komm, der Schuss. Hast du, wie die Schüsse umso knapp sind? Der ist tot. Ich auch. Oh, du, du, oh. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du gestorben bist. Aufpassen, ich bin tot. Die Arme schon wieder einen weniger. Du bist ein Pokémon, du kannst dir deinen eigenen Namen setzen, sagen. Du hast kein Aim. Also sterb. Du hast noch weniger Aim. Ich glaub, du kriegst das schon mal... Hahaha. Trotzdem hab ich ihn vorher getötet, auch weil er eine Laser-Cant hat. Kannst... Kann ich mir mal bitte sagen, warum die nicht wollen, dass du sitzt? Ist mir doch egal. Ich will es. Mir sollst du fliegen. Wer nicht will, der hat schon. Nein, nein, nein. Flieck! Oh, da ist fliegend. Der Bön. Nein. Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Ah, naja, so halb. Ah. Ich will den Ball nicht. Und reset den. Okay, drei, zwei, eins und los. Go, go, go. Genau eine Sekunde zu spät, Kim. Warum? Was passiert? Genau da kam ein Bein darunter und ins der Bein. Oh. Ich bin tot. Steb. Nicht mehr. Tot. Man. Portet der sich oder warum hat er so schnell... Du, 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 du. Du, du, du. Du, du. Run, run, run. Was passiert wieder? Na, ich hab ihn mit der Handgun weggeballert und er hat mich mit dem Revo weggeballert. War halt ein gutes Duell. Okay. Okay, er hat einen Fallchen gebeindet. Renn, Vita. He, 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 he. Hat mich gebeindet. Wär ich nicht da gewesen, hätte er dich gebeindet, Vita. True. Und dann hätte er wieder gesagt, das Essen ist fertig. Yep. Genau. Er sagt das ganz schön oft, ja? Vielleicht muss er mehr essen als andere Menschen. Aua. Vielleicht hat er eine seltene Stoffwechselkrankheit. Ah, naja, egal. Ich weiß was auf. Sag mal, ich hab ein CS. Wenn ich ein Jumper Deck mache, dann sollst du gefälligst abhauen, Mann. Rotes Ding. Und ich hab ein CS. Wow, gebeindet und erhitzt ihn immer noch. Los, Vita. Ich helfe dich da schon. Long. Ich helfe dir. Wow, danke, Boxers. Das war episch. Der arme Kerl. Das war abgefällig. No, 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 no. Okay, ich bin drauf. Einer fehlt. Oh. Okay. Ich hab ihn zweimal erwischt, ist okay. Und ich rette die Sch. Aua. Ich bin tot. Ja, wie geplant, ne Vita? Wie geplant. Ja, wie geplant. Weil ich eigentlich erwischt... Auffassen. Er ist fast tot. Er rennt zurück, weil er fast tot ist. Hehehe. Er resettet, weil er fast tot war. Ja. Ich wollte ihn eigentlich nicht lassen, aber... Vita! Ja, ich wurde gepusht. Achso. Noob. Niemand unten, niemand unten. Okay. Geringt nichts. Das geht einer. Kann der Typ sich mal verpissen? Versteht die ganze Zeit bei uns. Meine Güte. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Hehehe. Come on, man. Vita will jetzt alle anstecken. Sie sollen Digimon spielen. Und sie soll extra einen eigenen Channel dafür machen. Nein. Da gibt's keinen Channel. Ich mach nicht für alles einen Channel. Läupt! Der hätte jetzt nicht sein müssen. Keiner von den acht TDs, den die reinbekommen haben, hätte sein müssen. Genau. Warum musst du immer die Wahrheit sagen, Sid? Weil er denn hier ist. Weil die Wahrheit keiner ertragen kann. Wow. Ich werd von allen geschlagen. Ich glaub, das heißt Bein. Rein damit! Danke. Oh. Ah ja. Vita, deine kleine Strumpfhose ist kaputt. Du hast Löcher. Ich weiß. Geil, oder? Guck meine an. Die sind rein. Neu. Oh, man ey. Ja, aber Vita muss 20 Euro mehr zahlen für die Strumpfhose als du. Weil die Löcher hat, oder was? Ja, ja. Ist der neueste Trend? Deal. Du hast gerade das größte Problem der Mode. Ähm, beschrieben. Das ist kein Problem. Geil, nice. Sehr schön. Was? Hast du sehr schön gemacht. Was hab ich gemacht? Ich bin dabei. In den Laser zu laufen. Dankeschön. Ich wurde gepusht. Ja, 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 ja. Ich werd auch immer wieder gepusht. Ja. Wer läuft denn schon von selber in den Laser? Das macht doch keiner. 20 Minutes left. Schön aufpassen. Mach ich doch grad. Ich passe mal auf. Rot. Ja, aber schon wieder. Ah. Kann sich mal entscheiden. Ich bin echt froh, dass Inifly hat und Vita Enco. Ich hab denen bestimmt schon zwei oder dreimal die Buildshack geballert. Ähm, guys. Ich werd jetzt mal setzen. Danke, Seth. Juhu. Warum jetzt noch setzen? Ich hätt ja gesetzt, aber... Los, Vita, tanz mit mir. Oh, ist schon aus. Leid. Okay, was auch immer. Oh, ja. Das war jetzt ein komisches Match. Definitiv, ja. So. Okay, das war der dritte CW von, äh, drei. Wer hätte das gedacht? Ich von vier. Nee, ich von vier. Okay, ähm. Ja. Sagt mal alle Tschüss für die Zuschauer, die jetzt noch noch nicht weggeschaltet haben. Auf Wiedersehen. Vita sagt auf Wiedersehen. See ya. Aloha, Kanatora. Ja.